Ja, ist das schlimm, dass ich um vier aufstehe, um Fernsehen zu gucken? Ich dachte, dass da ja, wenn ich jetzt sagen würde, ich stehe nur auf dem Barbara Salisch zu gucken, ey. Ey, Barbara Salisch kommt nicht auf RTL Nitro. Ja, RTL Nitro ist oder so ein Gammelsender. Ach, guck mal, deine Schnauze, du. Ich glaube, der hat heute irgendwie so eine Kackboss reingebissen oder sowas. Nee, ich bin heute sehr... Schlecht gelaunt. Schlecht gelaunt. Ja, ich kann ja mal schlecht gelaunt sein. Ach, das hast du jeden Tag schon. Oh, jetzt hätte ich beinahe gehen, dann musste ich eingeschaltet. Ja, dann wärst du auf jeden Fall auch eine extra Nachbearbeitung machen müssen, die ich dir dann käuflich bezahlt haben möchte. Extra Arbeit wegen Unfähigkeit. Dann würde ich jetzt extra hier mich in meinen Sessel setzen müssen, mein schönes Programm. Oh, jetzt, jetzt, jetzt ist es leid. Oh, zum Glück. Man merkt schon, Fabio ist schon unempfindlich aufzunehmen momentan. Also, deswegen werden wir auch gleich eine Aufnahmephase einrichten. Momentan ist es ganz schlimm. Ich weiß nicht, warum. Ja, Assi und so. Momentan geht's gar nicht. Der ist jetzt immer noch auf dem Teer, obwohl der Frannig gar nicht da ist. Unglaublich. Also, der Assi, ne? Jetzt ist er ruhig. Könntest du jetzt mal auch mal mit deinem Handy zuspielen und aufnehmen? Die Feuerzeug-App. Hier hab ich selber die Feuerzeug-App. Ja, du hast ja auch Barterschatz. Aber, ich hab da auch eine Feuerzeug-App. Und ich hab Minecraft-Projektidisch. Ja, und ich hab, du weißt, was ich habe? Ich kann mir auf mein Display raufziehen, so eine, äh, Redstone-Lampe, die ich an- und ausschalten kann. Und könntest du dies jetzt mal bitte unterlassen? Es kommt sehr, es kommt sehr unprofessionell gerade. Ich weiß, ich bin auch momentan sehr unprofessionell. Du bist immer sehr unprofessionell. Danke. Nicht zu danken. Mein Benehmen ist heute nicht das Beste, ich weiß. Ja, ja. Der ruft... Warum ruft der jetzt Philipp? Wer ruft Philipp? Ach, nix. Ruft dein Vater gerade Philipp an? Nein! Der ist, glaube ich, gar nicht da. Dein Vater oder Philipp? Nee, mein Vater. Ich dachte schon, dass der Philipp jetzt hier bei euch zu Hause eingezogen ist. Oh, mach doch bitte mal das aus. Hab ihr ohne Witz. Och, ich hab gerade Lust... Ja, ich weiß. Du hättest, glaube ich, heute nicht mit mir aufnehmen sollen. Nee, glaube ich auch mittlerweile nicht mehr. Aber was soll's, ist gleich zu Ende, hab ich's geschafft. Ja, und... Ich bin da nicht mehr dabei, weil er mich raus schmeißt, weil ich so schlecht bin. Ja, ja, weil du so ein Spass bist. Hast du gerade selber gesagt, weil ich so ein Spass bin? Nein, weil ich so schlecht bin. Ja, aber du Spass bist, das hätte jetzt besser gepasst. Danke. Also bin ich jetzt nicht mehr dabei, Jess. Also, du hättest, äh, ja. Ja, 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 lief einfach mal. So. Ja, 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 so ist es richtig. Ja, was denn? Geh, oder wie? Aber hier, ja, ich baue hier gerade eine Treppe, die nach oben führen wird. Wer führt einen nach oben? Ähm, das Amtsgericht, äh, äh, Deutschland. Peter Ludorf. Ich hab gehört, du hast auch ein Amtsgericht, stimmt das eigentlich? Ja, ja. Ja? Ja? Ja. Ja. Ich werd' dich verklagen, wenigst. Ja? Das hab' ich von dir auch schon mal gehört. Die haben World Edited verändert übrigens. Du kannst jetzt mit... Was? World Edited verändert? Die haben World Edited verändert. Du kannst jetzt mit... Ach, wer? Du kannst jetzt mit einer, ähm, normalen Holz, äh, Axt auch normale Sachen abbauen, und dass es sich wieder aufbaut. Ja? Das ist krass. Das heißt, die Holzsatz ist jetzt nicht mehr unbrauchbar. So wie Fabio. Da. Was denn? Ist doch momentan wirklich so. Nein. Ich hab' nur alle, alle Anwendungen beendet, und dann hab' ich mein Handy, äh, weggelegt. Nein, nee, doch, geht doch nicht mehr. Ja, irgendwas ging's noch, jetzt nicht mehr. Vielleicht war das ein Bug. Ich konnte es zweimal hintereinander machen, ich weiß ja nicht. Schade, ich dachte schon, endlich mal ein Licht legen. Ja, bei deinem Server kann das schon... Ich dachte erst mal, endlich mal wieder ein Lichtblick hier in Minecraft. Aber ich hab' mich scheinbar getäuscht. Und ich hab' auch keine Axt mehr. Äh, darf ich hier eigentlich über N-Tradu streichen? Die haben... Okay. Schlechte Leute haben mit meinem Netzplan nicht zu tun. Also auch die... die Trado-Gründe... Also, wo kann ich gehen? Finde ich toll, dass du dich selber als schlecht bezeichnest. Passt mal wieder. Danke. Wenn's so ist. Arschloch. Danke. Ich muss jetzt erstmal eine Axt machen, das geht ja gar nicht. Hier, komm, machen wir uns eine billige Steinaxt, weil mehr kann ich mir ja nicht leisten, weil der Fabio mein ganzes Eisen immer auffrisst. Boah, weißt du, du kannst gleich alles haben. Ich geb' dir mein Inventar und du bangst mich, ja? Soll ich das wirklich tun? Das sehen wir im nächsten Part. Nein, mal witz. So, das muss ich... Eigentlich solltest du es nicht tun. Ja, aber ich kann's mal tun, wenn du willst. Ja, wenn du das aber machen würdest, dann würd' ich, äh, dich jeder noch nicht mehr kennen. Ach ja, das machst du schon lange nicht mehr. Du kennst mich doch allgemein nicht. Achso. Ja, dann... Du traust dich ja nicht, wie auch nicht auf der Gamescom 2013 zu zeigen. Wenn ihr meines AP sehen wollt, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag ist der gute Mann da. Und Sonntag? Ich bin alle Tage inklusive Pressetage da. Und dann könnt ihr ihn da schön volllabern anhand deiner Stücke, würdet ihr ihn erkennen? Theoretisch schon, aber ich sag nix. Nur wenn ich Gronkh sehe oder Debitor. Also immer schon bei Gronkh oder Debitor rumhängen und ihr seht mal ein SRP. Dann geh ich ab, wenn ich da einen von ihnen sehe. Dann, dann, ich weiß noch, woher Spark auf Phoenix, oh. Ich bin froh, dass ich ihn noch nicht zum Let's Play eingeladen habe. Aber stell dir vor, Debitor, das wäre ja noch schlimmer. Na, komm, was ist an den Typen so toll? Das ist ein schienmaler Mann aus Essen, mehr auch nicht. Ja, kann er sein, ist ja deine Meinung. Mir ist das ja schnuppe, was andere meinen. Ja, danke. Ich hab gedacht, die Meinung wäre dir wichtig. So wie du heute drauf bist, mittlerweile nicht mehr. Ja, ich weiß. Du kommst mir heute sehr assi-logisch vor. Danke. Also, sehr zurückgeblieben. Psychiatrie-Leck. Ich bin nur ein bisschen aufgetreut. Ja, mehr nicht. War das das hier nicht ein Schnitzel vorhin? Jetzt, jetzt ist er, glaube ich, an seinen Ständern. Ich bin jetzt hier gerade ein bisschen vom Raum weggegangen. Äh, ja. Ach, du bist jetzt im Klo. So, jetzt bin ich auch wieder anwesend. Ich finde es aber schön, dass die nervige Fliege nicht mehr da ist. Sie ist vermutlich einfach umgefallen, weil die Hitze so schön ist. Ach, weil es so stimmt. Ja, bei dir fängt es ja auch um, habe ich gehört. Da traut sich niemand mehr deine Mutter rein. Nee, nee. So bei Minecraft-Hips. Nee, nee. Sag mal, Bartuse. Ich muss meine Bücher noch fertig machen, Mensch. Ich hab noch gar keine Bücher, das finde ich super. Ja, wir haben es ja heute erst bekommen. Wir kommen erst nächste Woche, vermutlich. Das Tolle ist ja immer an Schulen, wenn man das erste Mal da ist, ne? Ja, ähm, jetzt stellt euch erstmal alle vor. Obwohl wir das schon fünf, wir haben das in dieser Woche. Ich kann es dir sagen, bestimmt, naja, naja, äh, zehnmal gemacht. In der ganzen Woche hatten wir verschiedene Lehrer und die meinten dann, ja, jetzt stellen wir uns erstmal alle vor. Ich bin der und der, du bist der und der und bla bla bla. Ja, und. Und deine Hobbys. Genau, und dann immer irgendwelche komischen Spiele, die man dazu macht. Da hast du gesagt, Hobbylos. Und dann auch irgendwelche komischen Spiele, die man dazu noch machen sollte. Also richtig toll. Hast du dich ja gefreut. Nee, aber ich hab gehört, du warst immer Hobbylos damals. Da, da, da kennst du wenigstens alle, gell? Ja, eigentlich schon. Ja, eigentlich schon, ja. Aber das ist ja egal für dich. Okay, dann zähl mal die Namen auf. Das sind, ich werd das dann überprüfen lassen. Das sind privat geschützte Informationen, die wir hier in feuchten Kerbig angehen. Also, heißt deine Hand? Ich weiß nicht, ob der Weinkaufschipps jetzt auch immer Hand heißt. Aber, wie er abgeht, ey. Boah, ich bin wirklich aufgedreht heute. Ich glaub, das war keine gute Idee. Jetzt ist dein Let's Play wieder schlecht. Ja, richtig ist das schon immer schlecht. Das sagt dir immer der gerne, äh, Masse, 3G3 und der Rift in der LP. Also, nee. Also, er sagt's nicht, soll ich das... Er sagt, er hat auch wieder so einen netten Kommentar zu dir geschrieben. Ähm, dass dein Skin voll schwul ist und du bist auch schwul. Ja, das ist mir doch egal, was irgend so ein kleiner Asselack schweift. So, bist du jetzt eigentlich noch im Spiel? Ja. Ich könnte mal... Ich könnte... Kannst du nicht die Tab-Taste und Augenschein benötigen? Wollten wir nicht... Wir wollten auch noch aufs... Nee, ich bin hier unten in Franeks... Wir wollten auch noch auf das Haus noch eine Etage drauf bauen, ne? Ja, du, ich bin ja ab dem nächsten Part nicht mehr dabei. So. Nächsten Part wird der Fabio wieder weiterbauen. Ist schon mal klar. Äh, äh, äh... Ich glaube, das ist jetzt hier mal als Aussichtspunkt für den letzten Subshot, den ich jetzt machen werde. Und mir vergeht wirklich gerade die Lust. Ist gut, dass ich jetzt... Da wir schon eine Stunde haben und jetzt fast fünf Parts wieder aufgenommen haben. Und noch sechs Minuten, oder... Ja, sechs Minuten. Dann haben wir wieder mal, äh... Oh, dann brauche ich erstmal für eine Woche nicht mehr rauszunehmen. Komm mal. Oh! Oh! Das ist ja unaushaltbar. Ja, da mute ich nicht. Ich kann dich ja nicht mute, du bist ja mit zum Let's Play. Ich bin übrigens die Bauschlampe. Nein. Nein. Wir essen die jetzt eigentlich, habe ich dich schon rausgestellt. Ja, er wohl... Er hat in... Also, wann hat er das gesagt? Er hat auf Facebook angekündigt, dass, ähm... Dass er am Dienstag, also diese Woche Dienstag, wollte er die auswählen. Okay, naja, ich bin mal gespannt. Du bist jetzt aber wie so ein... Zehnjähriger. Ja, das... Das weißt du, ich... Das bekommst du ja nicht mit. Ich spiele das, wenn du das Let's Play siehst, ne? Ja, aber den siehst du ja nicht. Also auf einer Herst ist das so eine Honeyboard oder sowas. So ein gefickter Pustekuchen. Also es wird mich nicht wundern, wenn er auch jemanden bekannt nimmt und nicht die Leute, die sich beworben haben. Aber egal. Egal. Vor allem. So, hier oben geht's dann hoch zur... Komischen... Eingangsbereich. Kann ich hier eigentlich? Nu. Geht wieder mal nicht, war klar. Ja, komm, die Treppe war schon richtig und dreht sich einfach um, ey. So liebe ich das natürlich. Tu mir die items... Wie lang knechtest du mich noch? Du kommst mir ein ganzes Leben lang gleich mal, ey. Nee. Wie lange du nur noch knechtest. Ja, was geht dich das an? Ja, nee, ich... Bis wie viel lang genug? Ja, was soll ich denn das wissen? Also es sind bei meiner Uhr noch vier Minuten. Wo ich dann aber nochmal 20 Minuten mehr draus mache. Ich hab jetzt keine Spitzung mehr. Ja, nee, machst du eh. Nee, das halte ich... Vor allen Dingen, da ändert er den Part und schiebt ihn zweimal da rein und er wundert sich, warum die sechs Stunden dauert. Ja, normal hätte das vielleicht mal zwei Stunden gedauert, aber auch enorm, wie es sechs Stunden dauert. Ich hab so... Ich hätte dich dann jetzt so richtig ausgelassen. Dann hast du dann wieder diesen einen Part rausbekommen, um das nochmal neu zu rendern. Ja, das ist ja nun auch nicht schwer. Ja, wenn ich mich verschoben dann hätte oder so, dann wäre es gewesen, dass es unten nicht mehr synchron gewesen wäre. Ja, theoretisch. Dann wäre es schon ein richtiges... Du kannst aber auch einfach die Fraps runterladen. Ja, ja, ich lade jetzt einfach mal 100 GB hoch, genau. Also der Bazzi hat sich nämlich neulich einen Film untergezogen, legal natürlich. Und der war angeblich... Also illegal. Ich frag mich, wie hobbylos man sein muss, ey. Mich kotzt schon bei zwei GB an, der letzte wieder komplett abend ist. Hast du schon wieder runtergeladen? Ey, oh. Hast du? Einmal gespielt und dann ist es wieder... Und dann lädst du das eigentlich immer runter? Ja, wenn ich es nicht mehr habe. Wieso? Du meinst zu mir, du bist nie am Computer, du bist doch nur am Filme gucken. Ja, aber dann lade ich ja trotzdem nebenbei runter. Sind unsere Spiele willkommen mit Arms. Ja, oder ich habe die Woche auch irgendeinen billigen Film runtergeladen, den ich dann geguckt habe. Ach so, ganz legal, ne? Ja, natürlich. Hast du eigentlich schon den Redemption-Film geguckt? Wolltest du es nicht schon einige Tage machen? Ja. Sagst du doch einfach unfähig. Sonst ist es halt wieder sauer wird. Warum? Ich schweige, ich weite auch gar nicht viel lauter. Doch, doch, doch. So, jetzt einmal so, warte. Ja! Das tut mir natürlich für eure Ohren nichts leid, aber was soll's, ich kann dafür nichts. Tut mir leid und so. Ist einfach so. Und, ähm, ja, hier unten werde ich auch mal ein bisschen was anpassen müssen. Das sieht scheiße aus. Dann kommt hier vorne so ein kleines Waldstückchen, so ein künstlicher Wald. So, jetzt sieht das ordentlich aus. Das kleine Hügelchen kann ich mal weg hier. Kleine Kuppa. Obwohl hier wäre es dann doch besser, wenn hier ein Dreieingang wäre. Also ein Einer. Ach Mist, jetzt habe ich das sonst weggebaut. Okay. Schnell. Schnell, hol holt. Da hätten wir einen komischen Dungel, den Sumpfbaum müssen wir da wegreißen. Tut mir leid. Fast zu tragisch wie so ein Elferbaum. So, dann will ich mal wissen, wie weit er gebaut hat da. Hm, natürlich hätte man das viel hübscher bauen können. Vor allem du. Boah, Alter. Wie gesagt, ich mach das dieses Mal an. Mach das einfach nur für mich Gottmut. Und gib dir für keine Permission. Ja, aber das ist doch heute der letzte Tag. Für mich. Und dann wirst du mal wieder richtig schon knechtet von mir. Das wollten ja einige Leute oder so schon mal wieder, dass du mal richtig schön sterben gehst. Ja, aber ich bin noch heute letzte mal da. Ja, aber trotzdem sollst du öfter sterben gehen und so meinen sie immer. Ja, aber wenn ich doch... Ja, dann lade ich dich extra wieder ein, damit du sterben gehst. Lugig. Doch, doch. Nein. Dann werde ich nicht kommen. Das weißt du ja nicht, dass ich dich dann töten werde. Ja, aber ich würde trotzdem nicht kommen, weil ich momentan gar keine Lust auf Minecraft oder irgendwas anderes habe. So, wir haben jetzt noch... Doch, wir haben jetzt noch... Warte ganz kurz. Ich mach bis 14.50 Uhr in etwa. Also 14 Minuten 50 Parts. Noch ca. 20 Sekunden. Ja. Schafft das deine Leitung eigentlich nicht? Ja, das dauert vielleicht zwei Stunden. Upload. So voll wäre ich am Montag... Pepe, Pepe. Ja, sicher. Du schickst mir dann jeden Monat eine Festbrüder vorbei. Ja, sicher. Wenn dich wirklich auch bei einer 500.000 Unterleitung laden. Aber das ist eine andere Geschichte und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Und für die Frage übrigens, wenn jemand gefragt hat, ob ich Haustiere habe, ja...